Hallo, ich bin die Laura Rothner und komme aus Turnof. Ich werde heute eine Etüde von Giuseppe Garibolni spielen, danach ein Vortragsstück von Barthekowacz und dann folgen drei Stücke mit CD-Begleitung. Musik Applaus Musik 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 ... 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 Amen. 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 Amen.